Ja, hallo und herzlich willkommen zu unseren Beine, Bauch, Rücken, Workout. Das wird ungefähr eine halbe Stunde, darum. Bei mir ist heute der Cosimo. Was machst du Cosimo bei MTV? Ich bin Füßballtrainer und arbeite eine Kündelstücke und mache noch Kurse Step-Up-Obit und Bauchrücken. Tja, ich heiße Olga Wienz und was ich alles bei MTV mache, ist sowohl im Fitnessstudio tätig als auch als Trainer im Kursbereich von Gymnasium über SOMA für Lockstings, Strong by SOMA und als andere auch noch mit dabei. So, wir fangen vielleicht schon mal an. Wir werden kurz erstmal zusammen anfangen und dann arbeite ich heute als Trainerin. Der Cosimo ist mein Teilnehmer und ja, wir hoffen, das wird schon anstrengend, oder? Ja, das ist schon. So, das ist mein Anfänger, mit dem Sport. Genau, tief. Los, tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Genau, super. Also wir machen es schon sehr gut. Und worauf wir achten müssen, ist das. Erstmal, Torstkopf bleibt vorne. So, das ist vorne, Schulterbleiben tief. Rauch fest. Genau. Dann gehen wir so tief, dass die Oberschenkel vielleicht sogar parallel zum Boden bleiben. Ja, genau so. Wichtig ist, dass wir seitlich gesehen, nicht in Vollkreis gehen. Also, auf euch in den reinen Bereich. Der Cosimo hat es schon super. Cosimo, zählst du? Ja. Ja, super. Wie viele haben wir denn? Ähm, 18. 18? Echt? Schon so viel? Gut, wir können gleich mal den Stemper wechseln. Wir gehen tief, hoch und jetzt schneller, okay? Tief. Wir sind schon schnell. Bisschen tiefer. Tief. Tief, das meine ich. Achso, okay. Und tief. Und tief. Oha. Annen. War nicht ein Taten, dass ich alleine arbeite. Für mich nicht nicht wollen. Sehr gut. 5, 6, 7, 8 und hoch. Kurz lockern vielleicht. Na, reiß. Prost. Seht ihr beide wahr? Ja. Wunderbar. So, was wir noch machen können für die Beine erstmal ist Ausweichschutz. Wir fangen gleich mit dem linken Bein. Gehen tief. Und wieder hoch. Ganz einfach. Das sind aber auch paar Sachen zu beachten. Genau. So, erstmal zusammen. Die erste zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt stellt sich die Bein. Und jetzt stellt sich die Bein aus. Wir machen jetzt mal seitlich zum Teilnehmer. Ja. Und hoch. Tief. Und, genau. Wunderbar. 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 Worauf ihr achten solltet, erstmal, dass es hier vielleicht nicht so weit nach vorne geht. Genau. Oberschenkel fahren alle zum Boden. Oberschenkel fahren alle zum Boden. Ihr seht, überall weiße Winkel. Knie. Gelenk. Knie, Gelenk. Knie, Gelenk. Oberschenkel. Unterschenkel. Oberschenkel. Unterschenkel. Genau. Tief. Tief. Und hoch. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Spürst du schon einmal wahrscheinlich wieder? Ja. Super. Dann darfst du jetzt noch eine Variante davon machen. Warnzen. Wie wäre sie heißt? Genau. Warnzen. Wenn Muskeln so lange bin glücklich und gespannung halten, wird es schon anstrengend. Wenn wir jetzt noch eine Aufgabe dazunehmen, wird unser Anstrengender und Cosimo freuen sich schon. So Cosimo. Das zeigen wir dir doch. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen tief und nach oben in Sprung. Tief. Und hoch. Genau. Tief. Und hoch. Das machen wir auch so. 10, 15 wiederholen. Genau. Und hoch. Genau. Schön weit landen. Das hört ihr. Genau. Und hoch. Und hier. Exklusiv nach oben. Noch höher. Noch höher. Ja genau. Und hoch. Sehr gut. Sehr gut. Noch. Noch, noch, noch. 2, 3. Das waren die 50. Weißt du der Halt? Ich glaube der Cosimo ist schon müde. Jetzt. Ich mache vielleicht die andere Seite. Cosimo, wenn du die hast du gehabt? Die linke. Die linke Kette mache ich die rechte. Gut. Jetzt darfst du den Trainer sein. Bein anstrengend. Bein strengend. Boah. Das ist schon gut. So. 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 Haben wir angefangen? Kannst du das machen lassen? Tief und hoch. Jawohl. Oh, wir kommen auch aufrecht. Das passt. Tief und hoch. Ja. Noch 8. Ja ist gut. 90 Grad. Schöne weg von den Boden. Jawohl. Wie viel hoch? Ich sehe nicht. Ich vermute schon genug. Ich habe auch vermutet. Aber du hast auch vermutet. Sonst vielleicht 10. Passt noch 20 ist da gut. Ah ok. Und dann mache ich schnell mal die Hande. Und zwar bounceen. Genau. Und dann machen wir das auch überhaupt recht. Jawohl. Jetzt weiß ich was du meintest. Auch nicht langsteckt. Jawohl. Wollen wir noch nicht den Übersetzig? Und schlussens? Äh ja. Ja? Perfekt. Perfekt. Jawohl. Sieht gut aus. Das sieht wirklich auch aus meinen Teilnehmern. Jetzt weiß ich was ich spüre. Jawohl. Jetzt sieht gut aus. 90 Grad ist es bin der. Jawohl. Das macht noch 10 Sekunden. Sind es schon vorbei? Acht. Ach komm. Sieben. Bitte. Sechs. Komm. Fünf. Vier. Wollen wir laufen. Drei. Können. Zwei. Ja? Eins. Oh ist der fies. Komm. Perfekt. Sehr gut. Wie war das? Vier. Und Sprung. Jawohl. Ich weiß nicht was du meintest. Ja. Ja. Richtig strecken. Mach ich doch. Sieht mal nicht. Gut aus. Jawohl. 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 Komm. Neun. Acht. Jawohl. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Oh. Perfekt. Ein bisschen anstrengend. Aber schön. Ja. Ohlala. So. Gut. Deine linke meine Wächte freut sich schon. Gut. Weiter. Was haben wir denn? Bauch. Als nächstes Bauch. Sehr gut. Gingen zusammen. Perfekt. Also. Die Matte. Gemeinsam. Fertig. Zwei. Zwei. So. Wir haben dreißig Sekunden Plank. In Unterarmstütz. Ne? Ja. Mit gestreckten Beinen. Variante wäre natürlich Unterarmstütz. Vielleicht angefangen im Kühlungsverstand. Wer möchte, geht immer weiter, immer weiter. Am liebsten wäre uns die Variante. So fangen wir an. Dreißig Sekunde. Dann wechseln wir jetzt so. Seit. Genau. Seit. Genau. Auch noch dreißig Sekunde links. Reiß nach rechts. Und dann sind wir wieder fertig. Ja. So. Los geht's? Perfekt. Also. Not done. Wichtig ist, dass wir eine Linie bilden. Gesäß anspannen. Schulter weg von den Ohren. Ganz wichtig. Und nach rechts. Rumpf ist parallel zum Boden. Bildet eine schöne Linie. Genau. So halten wir, dass die Kuhnlein auch vorbei ist. Wir holen uns die Seidstütz. Ja. Wir warten noch ein bisschen ab. Kurze Pause. Ganz wichtig. Kurze Pause. Soll ich vielleicht mal wieder die linke Seite zeigen und die rechte? Ja. Wie lange die Arbeit heute auch? Ja. So. Perfekt. Wieder Variante. Variante Nummer eins. Kurze Pause. Kurz lebe. Oder auch erhalten wir zwei Minuten lange lebe. Einmal die Beine strecken. Genau. Dann gibt es eine Operation. Arm strecken geht auch. Wichtig ist, dass wir aktiv ausdrücken. Ja. Fixiert uns noch einen Punkt. Sehr wichtig. Und dann die Position halten. Wir bilden eine Linie. Auch wenn wir nicht den Vorbesuch ziehen. Und dann spürst du auch nicht was. Mhm. Ja. Sehr gut. Perfekt. Jetzt war's gut. Komm. Andere Seite. Hopp. Auch. Ich fang mit kurz hierher. Genau. Kurz hierher. Huch hoch. Ja. Auch wieder. Was wir berücksichtigen ist, Oberschegel und Wumpf, die wir in eine Linie. Wir in eine Linie. Hüfte aktiv. Raus strecken. Genau. Außen und Schultergelenk geht ja raus nach unten. Bedeutet Schulter und Kopf in eine Linie fertig. Halt. 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 Planhebe habt ihr schon gesehen. So. Was ich mit euch weiter vorhaben. Diese Plan-Variante, die werden wir nochmal wiederholen. nachdem wir jetzt die andere Serie mit Oberschenkel, Gesäß, Unterdrücken, Muskulatur gezeigt haben. So. Wir fangen in Vierfüßner Stand. Vierfüßner Stand. Genau. So. Dann wieder auch. Seht ihr? Schulter bleiben weg vom Kopf. Nagel ins Nagel. Verlenkung in eine Linie. Aus dem Häuschen voll jetzt ein bisschen heraus. Komm so ein bisschen weiter nach vorne. So. Deine Hüfte kippt mit der vorne. Genau. Genau. So. Jetzt sieht gut aus. Denk dran. Handgelenk und Schulter in eine Linie. So. Hüfte und Knie in eine Linie. Perfekt. So. Wir dürfen jetzt anfangen. Wir strecken ein Bein nach hinten. Und gehen hoch und runter. Wir strecken Bein aus dem Hüftgelenk. Hoch und tief. Du kannst es ein bisschen länger ausführen. Große Bewegung. Große nach unten und nach oben. Genau. Arbeite lang. Genau. Und drei. Und vier. Und fünf. Fünf. Und sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und stopp. Stopp. Bleib gleich in der Position. Ab. Bleib in der Position. Jetzt beugen wir das Bein bitte. Genau. Fuß. Und Mitte Ferse hoch. 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 Mitte Ferse zum Boden. Beugen ein bisschen mehr. Beugen ein bisschen mehr. Genau. Die Ferse. Jawohl. Ferse als erstes. Zieh nach oben. Hoch. 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 Cosimo. Cosimo geht nicht auf. Komm an. Komm an. Weiter weiter. Hoch. Wieder. Zehn bis fünfzehn Meter hoch damit. Der Kurs in den Hals glaube ich. Oder? Super. Stopp. Jetzt weiter. In der Position. Du beugen und streckst noch. Beugen und strecken. Nur beugen und strecken. Genau. Oberschentel parallel zum Boden. Jawohl. Der Hände bitte dran. Hier noch ein bisschen weiter aus. Und heute kommst nach oben. So. Beugen strecken. Ja. Beugen strecken. Ja. Sie machen das schon gut. Beugen strecken. Oberschentel oben. Jawohl. So. Acht. Sieben. Sechs. Wie gut? Wie viel? Fünf. Fünf. Vier. Echt. Drei. Zwei. Zwei. Eines. Na gut. Fertig. Wunderbar. Was war das jetzt links? Ja. Das ist Sumeran. Jetzt bin ich dran. Also ich bin sehr. Echt anstrengend. Das glaube ich. So. Du warst links. Ich bin rechts. Na gut. Na gut. So fangen wir an. Jetzt lass du mich filmen. Okay. Einmal strecken. Und auch hier. Große Bewegung machen. Ja gut. Na ja. Das ist der Anstrengend. Auch hier wichtig. Schöne weg von oben. Wenn es passt. Bauchler durch den Blut sitzen. Jawohl. Wir sehen es. Anstrengend. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Zweite Variante. Jawohl. Beugen. Und strecken. Beugen strecken. Ja. Wir machen das erstmal so. Wir ändern das mal. Wie ihr seht. Kann man das ändern. Ja gut. Sieht gut aus. Super. Ist aber auch mal strengend. Jawohl. Acht. Sieben. Ich habe schon viel mehr gehabt. Sechs. Fünf. Vier. Jawohl. Zwei. Zwei. Und noch die letzte Variante. Zwei. 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 Das war gelogen. Eins. Und noch die letzte Variante. Das war meine Methode. Das waren alle geschlaut. Sehr gut. Geschafft. Jetzt kurz ins Spalten. Denk bitte dran. Genau. Die Kinnenseite machen. Ganz richtig. Das tut gut. Das ist dein Gebrauch vom Körbervoll schon von alleine. Macht das gut. Okay. So. Was haben wir denn jetzt? Wieder Bauch. Also Unterbrechung. Ja. Fleckling wieder. Fleckling wieder. Super! Super! Zeigen wir das in Teil, ihr macht vielleicht, wie das für das Gemeinsameister. Lass uns mal zusammen. Ich bleibe auf dem Boden. Und hoch. Und hoch. Achso, ja, so. Achso, ja. Mich hart nicht, ist gut. Und zuletzt nicht. Geht auch nicht. Jetzt haben wir noch zehn. Sechs. Und zehn. Nix da. Okay, wechseln. Ist auch da? Ja, ich kann den kurz nicht rüber machen. Nee, nee, nix, kurz. Wie lange machst du? Mit Arm. Ein wie eine Mühle. Mit einem Bein hoch? Bestimmt, ich rutsche raus. Das kannst du machen. Ich rutsche nicht aus. Zehn Sekunden noch. Schaffst du das? Jawohl, ja. Ich nicht mehr, aber ich versuche es. Niemals aufgeben. Ah, vorbei. Gut, andere Beine trennen. Gleich. Okay. Ich noch. Oh, ja, danke. Du bist ja lieb. Gut, auch hier. Arm strecken, jawohl. Auch hier kann man Arm strecken und Bein strecken. Es gibt echt. So, wieder beim Landen. Jetzt gehen wir einmal kurz, dass wir so schön zufrieden sind. Ja. Das tut gut. Gut. Okay. Geschafft. 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 So, schwer war es nicht, ne? Ne, ne. Gehen. So, was haben wir jetzt? Hoppla. Wir haben jetzt den Bauch, ne? Genau. Wunderbar. Jetzt alles raus. Das alles nicht unterliebt. Ja. So, was wir jetzt hier vorhaben, ist auch wieder Bauchmuskulatur. So. Die Bewegung sieht sehr einfach aus. Es ist ein paar Sachen zu beachten. Und zwei. Vorsicht jetzt Wirbel für Wirbel nach oben zu kommen. So langsam wie möglich. Kommt er hoch. Genau. Hoch, hoch, hoch. Er lässt die Beine auf den Boden. Und im letzten Moment streckt er sich hoch. Er streckt die Arme, streckt den Fuß fort. Das ist schon sehr anstrengend, das zu halten. Und jetzt geht ihr von unten angefangen. Er rollt sich ein bisschen ab. Und Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Schön aufpassen. Über die Bauchmuskulatur die ganze Bewegung halten. Und wieder. Hoch, hoch, hoch. Genau. Super. Und im letzten Moment noch mal strecken. Das ist einfach gut. Und wieder zurück. Wirbel für Wirbel nach unten. Sehr gut. Super. Anstrengend. Anstrengend. Ja. Umso besser und effektiver. Also nochmal. Ausatmen nach oben. Und Brustkorb strecken. Für Simon. Wunderbar. Das freut mich. Genau. Jetzt darf ich gleich mal. Noch einmal? Noch einmal. Noch einmal. Und dann zeigen wir noch eine Variante dazu. Wenn ihr zu Hause noch mehr machen möchtet. Kann man gleich. Wenn die Knappe stinken. Noch dazu. Zu dieser Bewegung. Dann die Beine auch wieder. Hoch nehmen und langsam wieder zurück. So langsam wie möglich. Denkt dran. Unten. Hinten. Oberseite. Sollt ihr schön neutral bleiben. Da ist. Und die Bruder ist schon drin. Sollt ihr aber nicht zu sehr nach oben ziehen. Ne? Also schön neutral bleiben. Hilft ihr mit den Bauchmuskeln. Da ordentlich halten. Man spürt's. Man spürt's. Super. Freut mich. Sehr gut. Wunderbar. Und jetzt diese zwei Bewegungen können wir schön zusammen kombinieren. Also erstmal. Aufrichten nach oben. Nach oben strecken. Langsam nach unten. Abrollen. Wunderbar. Super. Und dann gleich jetzt die Beine ohne Schwung. Also wir arbeiten hier ohne Schwung. Wieder nach unten. Der Mann ist gut. Cosimo? Bist du gut? Ja nochmal. Kannst du noch einmal? Ja. Schaffst du's? Ja. Super. So. Okay. Und wieder runter. Sehr gut. Und die Beine langsam, langsam, langsam. Und nach unten. Perfekt. So. Das könnt ihr auch wieder 10 bis 15 mal wiederholen. Wunderbar. Ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss unsere kleine Challenge. Ja. Wir machen's eine Lember-Runde, Martin. Genau. Denn sonst rutschen wir zu sehr. Auch hier unterstift. So. Jetzt bin ich gespannt. Cosimo ist jetzt dran. Ja? Was meinst du? So, es schafft noch sehr, oder? Ja, es schafft noch. Ja, es schafft noch. Minute in der Hand. Ja, eine Minute. Ja, ich schaffst bei Umgangsschutz 30 Sekunden. Und dann den Bahre jetzt so zum Beispiel Arm strecken, ein Bein vom Boot lösen. Das können wir dann. Ja, gut. Also, los geht's. Los geht's. So. Erstmal 30 Sekunden halten. Drei Sekunden halten? Ja. Sollst du mir da geschafft. Und dabei kommen noch Spiele spielen. Zum Beispiel. Hopp. Den Trainer den Runterschritt. Den Trainer auch. So. 10 Sekunden, oder? Ja, ja. Noch ein bisschen mehr. Genau. Jetzt kann man zum Beispiel. Wollte ich auch beim Arm. Das darf man nicht. Das darf man nicht. So. Jetzt kann man zum Beispiel ein Arm vom Boden lösen. Immer im Wechsel. Genau. Okay. Halbe Minute. Kurze Pause. Kurze Pause. Super. Genau. Dann machen wir weiter. Nein, oder? Genau. Ich zeig dir einfach Varianten vielleicht noch, was man so alles machen kann. Ihr könnt das überliebig lange halten. Ihr könnt schon einfach eine halbe Minute erstmal den Kleck. Dann eine halbe Minute nur die Arme betreten. Dann eine halbe Minute zeige ich mir noch. Zeige ich mir auch gleich. Andere Varianten. Das sind so viele. Wir können dann wirklich ganz kreativ bleiben. So. Los geht's. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir beide vom Boden lösen. Lösen. Okay. Auch hier immer wechseln. Und abwechend. Gut, gut. Genau. Bauch gut. Ja. Oder mal nach vorne. Vor und zurück. Genau. Vor und zurück. Genau. Vor und zurück. Ich zeig dir das mal von der Seite. So. Vor und zurück. Genau. Auch hier wichtig. Eigenlinien bilden. Sieht gut aus. Ja. Aufnahme durch Brustel zieht. Komm. Wir machen weiter. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Vier. Drei. Ach so. So, Timo. Drei. Zwei. Zwei. Und. Acht. Zwei. Nein. Kürze Pause. Dann machen wir noch einmal. Ja. Meine lieben Sibo. Willst du dir ein kleiner Wachsen? Von der Seite. Ich bin gespannt. Was du Lieblingsstum wie der Cosimo hast. Ja? Genau. Was weinst du jetzt? Lieblingsstum? Genau. Jetzt zieht das Knie zur Schulter. Kann man so sagen. Oder vielleicht nach unten zu am Achsel. Oder? Genau. Auch hier. Schön auf den Körper hinterachten. Die Halbung ist vorbei. Das ist die Morgung. Du hast es super gezeigt. Geschafft. Geschafft. Wir haben euch ein paar Händen gezeigt dazu. Ja. So. Macht einfach mal zu Hause. Versuch. Ihr braucht so ein Gerät auch nicht. Das sagt euch der Körper, ob das genug ist oder nicht. Bleiben chill. Fitsch. Hört sich gesund. Und. Ja. Und wichtig ist, dass ihr lieber drauf geht. Genau. So wie wir das gemacht haben. Also Losimo. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.